Hi zusammen, hier ist der Daniel und die Carolin. Wir sind Glasperlenspiel und ihr hört HR3. Keine Träume sind für uns zu groß. Ich schwöre dir, heute sind wir grenzenlos. Grenzenlos ist auch der Titel des großen Benefizkonzerts bei den Hefata-Festtagen mit HR3. Glasperlenspiel, Freitag, 12. September in Schwalmstadt-Treisa. Eintritt gleich Spende, 5 Euro. Infos? Klick hr3.de Klick hr3.de